Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe unseres kleinen Video Guides rund um unsere Homepage Elektromobilität NRW. Heute wird es um den Bereich Unternehmen gehen. Wir haben alle Informationen, die für Unternehmer interessant sind, in diesem Bereich unserer Homepage zusammengefasst. Für die ganz Eiligen, wenn sie schon wissen, welches Elektrofahrzeug sie haben möchten, kommen Sie hier direkt zu den Förderanträgen. Dort können Sie das Antragsverfahren beginnen, komplett digital. Wir haben hier auch einen Link eingebaut zu den häufigsten Fragen, die uns rund um das Thema Elektromobilität erreichen. Hier finden Sie diese Fragen. Mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit finden Sie dort dann auch schon die Antwort auf Ihre Frage. Es lohnt sich immer, erst mal darauf zu gucken. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Auf den folgenden neun Kacheln haben wir den gesamten Themenbereich einigermaßen unterteilt. Es geht um das Hauptthema. Es geht um aktuelle Fördermaßnahmen für Unternehmen in Sachen Elektromobilität. Alle Infos dazu finden Sie hinter dieser Kachel. Die Auswahl des richtigen Fahrzeugs ist sehr, sehr wichtig. Deswegen finden Sie hier eine Kachel, hinter der Sie die ganze Palette der aktuell verfügbaren Fahrzeuge finden, die für Unternehmen interessant sind. Und dann gibt es noch zahlreiche weitere Informationen, die sich dann zum Beispiel mit dem Thema Laden für Unternehmen befassen. Insgesamt sollten Sie hier so ziemlich alles finden, was für Sie als Unternehmerin oder Unternehmer in Sachen Elektromobilität interessant ist. Und falls nicht, stehen wir Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank.